Wir müssen Bewusstsein dafür haben, dass man sich das ausdenken kann, dass man das gestalten kann, dass man für solche Verfahren Design machen kann. Und das wäre das, was ich als eine Kulturtechnik dann beschreibe, die wir jetzt erlernen müssen. Und wie kriegst du jetzt so Killer-Frage, China, wie kriegst du Putin, wie kriegst du Trump ins Boot? Das beschwärmt uns über Flüchtlingsströme, wenn wir Zickländer auf der ganzen Welt bombardieren. Dann müsste auch Heckler und Koch mit am Tisch sitzen. Politische Akteure, Zivilgesellschaft, Menschen. Und die müssen eben nicht nur über technische Möglichkeiten oder Handelsbegrenzungen und Bruttosozialprodukte etc. reden. Die müssen auch darüber reden, dass da Menschen sterben und damit konfrontiert werden. Ich arbeite seit 25 Jahren an dem Thema Direkte Demokratie. Also, dass wir mehr Rechte haben, abstimmen können und uns über Sachfragen verbindlich äußern können. Wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren 5 bis 6 Millionen Unterschriften gesammelt, über 35 Volksbegrenze gemacht. Also immer mit der Strukturfrage beschäftigt. Und was mir jetzt ein Anliegen ist, ich möchte nicht nur das Recht haben, abzustimmen, sondern ich möchte mehr ins Gestalten kommen. Was sind denn jetzt die wirklichen Probleme, um die es geht? Ich frage mich immer, warum agieren wir als Gesellschaft so viel dümmer, als wir sind? Also, wie können wir kollektiv intelligente Prozesse entwickeln? Darum geht es in Zukunft. Ja, und es kommt natürlich auch nochmal dazu wieder, dass wir ja gerade mit dem IPG die Stadtwerkstatt in Berlin-Mitte machen. Und da im Grunde auf urbanem Level ein Projekt vorhaben, das schon auch eine gewisse Sichtbarkeit und auch internationale Vorzeigbarkeit bekommen soll, in der Art und Weise, wie wir dort arbeiten und Stadt entwickeln, mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und auch das schafft natürlich ein Feld, wo man sagen kann, es hat eine gewisse Logik von hier aus dann auch eine internationale Arbeit zu starten und hier den Ausgangspunkt zu nehmen. Berlin mit der Mauer, mit den Nazis, mit der SED, mit dieser ganzen Geschichte und wie Deutschland als Land und auch die Menschen mit dieser Geschichte umgegangen sind, ist einfach einzigartig. Und das ist auch ein Punkt, also was, wo ich sage, das ist eine Besonderheit, die für diese Art von Arbeit, die wir da eigentlich vorhaben, total wichtig ist, weil, das ist ein Punkt, der von Roman auch einfach ganz stark jetzt in den letzten Tagen immer wieder reingebracht wurde, ist, wenn du anfängst mit Gruppen, das kennen wir auch aus der kleinen Arbeit, in die Zukunft zu arbeiten und Ideen, Konzepte für die Zukunft zu entwickeln, dann kommt immer auch der Schmerz aus der Vergangenheit, das Trauma, Geschichte, die Last der Geschichte und, 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 all das kommt immer auch mit hoch und muss irgendwie auch bearbeitet werden, auch in solchen politisch-demokratischen Prozessen. Das ist was, wo wir sagen würden, das fehlt eigentlich, dass das gut bearbeitet wird und dass es da richtige Prozesse und Ansätze für gibt, sich das anzukommen. Was, glaube ich, klug wäre, ist, sich mal so einen Quadranten anzuschauen, wo du sagst, wo, also wo du sagst, ich als Individuum oder als kleine Gruppe und Gesellschaft sind innen und außen. Die Frage wäre jetzt halt, wie kann so ein wirklich interdisziplinärer Ansatz ausschauen, also nicht nur inhaltlich, sondern auch methodisch. Also das wäre jetzt sozusagen hier außen, hier innen, ich außen, ich innen. Innen ist meine Gedanken, mein Innenraum, meine Psyche, meine Vergangenheit, Identitätsfragen, Trauma, Intelligenz, Gestaltung, alle diese, sozusagen alles, was so der Innenraum ist. Und der Außenraum ist Interaktion zwischen uns, hier jetzt. Oder hier, wir außen ist Institutionen, Gesetze, Europäische Union, Wirtschaft, CETA, TTIP, so. Und wir innen ist genau aus meiner Sicht das Missing Link, das ist das, was der Jascha vorhin erklärt hat mit zum Beispiel kollektives Trauma, nicht nur individuelles Trauma, ist, schaut euch mal an, wie heute wir umgehen mit der AfD. Da gibt es eine Auseinandersetzung, die auf einer faktischen Ebene ist, aber da gibt es auch so etwas wie richtig eine kollektive Hysterie, wie Angst, wie eine Art von Entsetzen, da umzugehen, das findet hier statt. Und du kannst eigentlich ein Problem immer nur in dem Quadranten lösen, wo es stattfindet. Die AfD kommuniziert meistens hier. Sie spricht Ängste der Menschen an. Und du gibst hier eine Antwort. Kann allein deswegen schon nie zusammenkommen. Und da mal nur mit diesem ganz einfachen Quadranten, so einem integralen Blick auf manche Probleme, ordnet schon mal zu und gibt mal eine Idee, wo man denn jetzt ansetzen könnte und müsste. Und wenn wir jetzt in größeren Zusammenhängen arbeiten, müssen wir nicht nur hier etwas verändern, sondern mit Sicherheit auch hier etwas verändern. Oder wenn wir nicht, ich meine, du weißt es ja selber, wenn du eine Haltung verändern willst oder eine Routine oder irgendeinen Schatten bearbeiten willst, oder dir etwas vornimmst, wie lange es oft dauert. Ja, also das heißt, wenn du hier etwas veränderst, du willst Verhalten ändern und das außen vor lässt, scheiterst du ganz oft hier. Wenn du dich nur damit beschäftigst, summst du auch ab. Also es braucht eine gesunde Balance zwischen diesen beiden Feldern. Ich würde ja gerne nochmal das Thema aufrollen, Kulturtechnik. Und weil ich das Gefühl habe, das ist eigentlich der Kern, worum es uns geht. Wir haben beide in Kontexten gearbeitet, du mit mir Demokratie e.V., mit dem Institut für Partizipatives Gestalten, wo wir unsere Erfahrungen gemacht haben, wie neue demokratische partizipative Formen aussehen können. Und sind jetzt an dem Punkt zu überlegen, lässt sich das skalieren auf größere Ebene, über die Kommune, über den Nationalstaat hinaus, auf große Ebenen. Und da ist in unserer Diskussion der Begriff Kulturtechnik gefallen. So wie wir Schreiben und Lesen lernen mussten, oder die Menschheit Schreiben und Lesen gelernt hat, geht es jetzt darum, Kulturtechniken zu lernen, die uns helfen, Probleme zu lösen. Und zwar globale Probleme mit allen, die das angeht. Allen, die sich davon betroffen fühlen, für alle, die es relevant ist, und auch alle, die was dabei dazu beitragen können. Und eigentlich greift unser Gespräch darum, wie kann sowas aussehen und kann sowas funktionieren. Ja, ja, klar. Also du hast halt diesen Raum, du bist halt immer in diesem Gestaltungsraum, wo Neues entsteht, wo du eine intelligente Lösung am Ende hast. Und für mich ist dann die Frage, wie kriegen wir das hin, dass Lösungen auch dann umgesetzt werden. Weil diese übliche Kritik ist ja, Beteiligung funktioniert nur, wenn du von irgendwoher den Auftrag kriegst oder das Geld herkriegst. Und jetzt ist ja deine These, die ich stark finde, aber wo ich am Ende Zweifel habe, ob sie auch auf diesen Ebenen voll durchschlägt. Du sagst, Gestaltungsmacht schlägt Entscheidungsmacht. Also wenn eine Lösung so konsistent ist, mit so vielen Beteiligungen da ist, wenn es sozusagen so eine Sexiness hat sozusagen. Ja, wo du liest das Ding und alle sagen, ja genau, wow. Ich würde den Begriff Stimmigkeit. Stimmigkeit ist besser, ja genau. Stimmigkeit. Aber Sexiness ist auch so. Ja, oder so ein Fluidum. Etwas, wo jeder, der es hört, merkt, das hat was mit dem Problem zu tun. Genau. Das kann eine adäquate Antwort auf das sein, was wir hier lösen müssen. Ja, und nicht schon wieder die 50. Version von irgendwas, was ich schon 3000 Mal gelesen habe. Eine Kopie von irgendeiner Lösung, die schon 10 Mal gescheitert ist oder sonst was. Jetzt hast du das und dann ist die Frage, wie geht die Umsetzung? Und ich glaube, wenn wir uns mit dem Thema Ungleichheit zum Beispiel beschäftigen, dann haben wir nochmal ganz andere Akteure da, wo ich bezweifle, dass die Teil des Prozesses werden. Also jetzt die super extra irgendwie UW-HCSW-reichen Typen. Ja, und da wird es dann beinharte Interessen geben und auch Machtstrukturen, an denen wir nicht so leicht vorbeikommen, wo ich glaube, es genügt nicht, dass wir sagen, hey, wir haben hier eine schöne Stimme gelöst. Und an der Stelle möchte ich sicherstellen, dass wir auch mit in diesen ko-kreativen Prozess immer hineinbeziehen, nicht nur was ist die Lösung, sondern wie kann so eine Lösung auch in die Umsetzung kommen. Umsetzung heißt für dich zu einem Gesetz werden oder... Egal wie umgesetzt, irgendwie, was weiß ich, die Ungleichheit wird real weniger. Also sozusagen, ob das über Gesetz läuft, ob das, wenn es die Kulturveränderung gibt, wenn Unternehmen auf einmal beschließen, wir machen freiwillig was. Also es muss nicht immer Gesetz sein, es geht über Wirtschaft, es geht über Kultur, es geht über Selbstverantwortung, über alles Mögliche. Aber das wäre mir ein total entscheidender Punkt. Ich würde das gerne versuchen, noch aus dir rauszukitzeln, das konkreter zu fassen, weil Umsetzung für mich kann vieles sein. Ich finde, so ein Prozess kann sehr viele Ergebnistypen haben. Also es kann zum Beispiel ja auch sein, dass die Beteiligten rausgehen und sagen, wir haben ein neues Netzwerk, wir haben neue Projekte und Maßnahmen entwickelt und wir gehen jetzt alle einzeln damit in die Umsetzung oder vielleicht auch weiterhin als großes Netzwerk oder als eine neue Koalition, um dieses Thema voranzutreiben. Das ist aber, glaube ich, ja nicht das, was du meinst. Du willst ja eine Umsetzung sozusagen in die institutionellen politischen Strukturen, oder? Unter anderem. Also nehmen wir das Irland-Beispiel. Es war zweimal, oder mindestens zweimal hat es stattgefunden, einmal zum Thema Homo-Ehe, einmal zum Thema Abtreibung. Irland, katholisches Land, das Parlament hat ein Riesenproblem, weil es genau weiß, egal wie wir entscheiden, wir kriegen Stress. Also im ersten Prozess war es so, dass per Losverfahren eingeladen wurde und zwei Drittel der Teilnehmer, es waren insgesamt 100, wurden per Losverfahren ausgewählt. Aus allen Ecken des Landes kamen die an und ein Drittel Abgeordnete. Und dann nicht einfach nur eine Veranstaltung, sondern ein Jahr Prozess. Einmal im Monat ein Treffen. Ich vermute, dass die Diskussionen die eine Ebene waren, aber das, was darunter stattgefunden hat, nämlich, dass sich ein stockkonservativer, missbrauchter Lastwagenfahrer, von einem Fahrer missbrauchter Lastwagenfahrer mit einem Homosexuellen aus der Großstadt, dass die miteinander ins Gespräch kommen, dass da die eigentliche Veränderung stattfindet. Dann wurde aus dem ein Vorschlag entwickelt, der ging ins Parlament. Das Parlament hat ihn übernommen. Und am Ende gab es sogar noch eine Volksabstimmung darüber, weil es eine Verfassungsänderung war. Und die wurde mit 60 Prozent angenommen. Und du hast auf der anderen Seite parallel in Frankreich... Obwohl es starke Kräfte gab, die sich nicht von dem Ergebnis haben überzeugen lassen. Massiver Widerstand. Massiver Widerstand. Ganz genau. Und in Frankreich, wo es eben diesen Prozess vorher nicht gab, wo nur das Parlament die Homo-Ehe eingeführt hat, gehen danach hunderttausende Menschen auf die Straße und protestieren und nichts ist, sozusagen kulturell angekommen. Oder nur ein Teil ist angekommen. Also wie kannst du diesen qualitativen Prozess verbinden mit Umsetzung? Und weißt du, wie diese Verbindung aussah? Also wie sah diese Schnittstelle aus? Es gab auf der einen Seite, hast du gesagt, diese Dialoge, die regelmäßigen Gespräche. Da hat auch die Arbeit nicht nur sozusagen auf dem kognitiven Level, sondern auch auf dieser emotionalen Betroffenheit stattgefunden und so weiter. Und dann, was war das Ergebnis? War das ein Paper oder schon ein Gesetzentwurf? Das war weitgehend ein... Ob es jetzt schon die juristische Form eines Gesetzes ist, darum geht es nicht, sondern die Lösung war klar. Bei Abtreibung zum Beispiel war es eine durchdeklinierte Fristenlösung, bis wann, ab welchem Zeitpunkt darfst du abtreibung, wann nicht und so weiter. Also im Grunde die Eckpunkte für einen Gesetzentwurf oder für ein Konzept. Und dann, wer hat daraus dann Volksbegehren gemacht? Das Parlament hat einen Gesetzentwurf daraus gemacht. Ah, okay. Das Parlament auch nicht eine Partei? Das Parlament. Und dann gab es eben die verfassungsmäßige Notwendigkeit, dass es eine Volksabstimmung gab dazu. Ja, ah, okay. Das ist in Irland. Das ist in Irland dazu. Ja, ganz genau. Und du hast, du könntest es auch anders machen. Du könntest auch sagen so, wir wollen jetzt zum Beispiel in der Schweiz eine Volksinitiative starten. Wir wollen aber jetzt nicht irgendeinen Gesetzentwurf zusammenschustern, sondern wollen im Vorfeld so einen co-kreativen Prozess machen, mit dem wir dann in eine Volksinitiative mit dem Ziel einer Volksabstimmung gehen. Oder wir wollen einen Prozess machen, mit dem wir dann ins Parlament gehen. Oder einen Prozess machen, mit dem wir dann an ein großes Unternehmen rangehen, um von dem versuchen, dessen Politik zu machen. Genau, und das finde ich unglaublich spannend, weil das ist ja der Kern dessen, was ich jetzt Kulturtechnik nennen würde. Weil irgendjemand hat sich das ausgedacht, hat ein Design entwickelt für dieses Verfahren, wo er gesagt hat, wir müssen erst das machen, dann können wir das machen, dann wird es möglich, dass das Parlament das war. Dann wird überhaupt erst ein Volksentscheid oder eine Volksabstimmung möglich und ich oder wir, die Gruppe, die das gemacht hat, hat sich überlegt, wie müssen wir da arbeiten, an welcher Stelle, wie machen wir die Schnittstellen, dass die richtigen Informationen entstehen, dass Haltungen entstehen, dass neue Einsichten und Erkenntnisse möglich werden, dass tatsächlich auch ein Konzept entsteht, das dann in ein Gesetz, das hat sich ja jemand ausgedacht. Und das ist für mich genau das Spannende an diesem Prozess, wo ich denke, das brauchen wir und wir müssen Bewusstsein dafür haben, dass man sich das ausdenken kann, dass man das gestalten kann, dass man für solche Verfahren Design machen kann und dass dieses Design auch für jedes Thema, für jede Gruppe von Akteuren wahrscheinlich unterschiedlich aussehen muss, um genau das zu leisten, was an dieser Stelle für dieses Thema notwendig ist. Und das wäre das, was ich als eine Kulturtechnik dann beschreibe, die wir jetzt erlernen müssen, wo wir jetzt an einem Punkt stehen, wo wir sagen, wir sind auch global gesehen einfach als Menschheit auf diesem Globus, wir stoßen an so viele Probleme, wir wachsen immens, die Zahl der Menschen auf diesem Planeten, wir müssen diese Probleme in den Griff kriegen und wir brauchen genau diese Kompetenz dafür, solche Verfahren zu entwickeln, sie dann durchzuführen und an den Punkt zu bringen der Umsetzung. Was du aber da voraussetzt oder was du damit auf den Weg gibst, ist, dass damit eine Veränderung des Weltbildes einhergeht. Also nicht mehr Gesellschaft ist eine Maschine, auch ein Stück weit so ein materialistisches, newtonsches Weltbild. Du drückst da drauf und dann kommt ein Prozess und am Ende kommt ein Ergebnis. Genau, so wie so ein klassisches Management-Steuerungsmodell, wo ich sage, ich muss nur ein paar Rädchen und Regler schieben und dann habe ich das Ergebnis. Genau. Zu einem Weltbild, wo ganz andere Prinzipien auch herrschen, zum Beispiel das Thema Resonanz oder Feldbild. Und was ist eigentlich ein Feld, was ist ein Prozess, was ist Resonanz? Ich glaube, dass da ziemlich ein Sprung passieren wird. Ja. Und die Frage ist, wie machst du das dann? Dass man auch trotz, obwohl man ein Design hat, einen Entwurf für das Verfahren, trotzdem auch offen und generativ arbeiten kann. Also sprich, dieser Prozess sich auf das einstellen kann, was zwischen den Menschen dann passiert und was als notwendig sichtbar wird, zu bearbeiten. Nochmal. Naja, dass du in die Lage kommst, dass, ich habe ja eben gesagt, wir müssen die Kulturtechnik lernen, so ein Verfahren zu gestalten. Und das könnte ja ganz schnell, wie du sagst, so ein Management-Tool werden, so ein Steuerungsmodell. Ja, das soll es nicht werden. Und genau das soll es nicht werden, sondern es muss ergebnisoffen arbeiten. Es muss in der Lage sein, sich den Erkenntnissen lernend anzupassen, die während des Prozesses passieren. Also es muss auch immer eine Reflexionsebene gehen, wo stehen wir gerade in diesem Verfahren und ist das Verfahren noch genau das, was wir brauchen. Also wovon ich weg möchte, ist, dass wir jetzt glauben, wir entwickeln drei, vier, vielleicht auch zehn unterschiedliche Verfahrenstypen und damit können wir alle Probleme der Welt lösen. Sondern ich will gerade auf diesen Punkt hin, wir müssen lernen. Es muss als Routine unserer Arbeitsweise sich etablieren, dass wir immer wieder denken, wie machen wir das jetzt gerade? Wo stehen wir gerade? Also jedes Was erfordert im Grunde ein anderes Wie. Jedes Was braucht einen anderen Zugang und der muss sich aus dem Was heraus entwickeln. Ja. Ja, das ist ja dein Ansatz. Und dann brauchst du aber sowas wie ein Bewusstsein. Du gehst dann in irgendeine Vorstandsetage und musst dir dann mal irgendwie so ein Prinzip auch erklären. Ja. Genau. So. Also was hat das für Voraussetzungen? Da kriegst du es wahrscheinlich vom Intellekt her hin. Da ist dann wahrscheinlich eher so die Gefahr, wie nicht in irgendwie so eine komische Esoterik-Ecke abzudriften. Von was redet der? Von Resonanz, von Feld, von Energie, von irgendwas. Ja. Und glaube ich, ist ein Thema. Auf jeden Fall. Also wie werden wir da sprechfähig, ohne irgendwie in eine seltsame Ecke zu rutschen? Und das andere ist, wie redest du mit Menschen jetzt, die sich, die auf dieser Meta-Ebene einfach, die die Möglichkeiten nicht haben oder die auch keinen Bock haben, auf diese Meta-Ebene zu gehen? Wie jetzt, wenn du sagst, du hast mir neulich die Geschichte erzählt, wo du mit Roma oder Sinti gearbeitet hast, wo die Hälfte anderer nicht lesen konnte und schreiben konnte. Wie kannst du denn da überhaupt noch arbeiten mit solchen Prinzipien? Durch eben, indem du passende Methoden in dieses Verfahren integrierst. Ja, welche denn? Storytelling oder tatsächlich in eine handwerkliche, künstlerische Auseinandersetzung Dinge zeichnen, malen lassen, bauen lassen, rausgehen, mit Menschen sprechen, aber nicht eben, wie man es in der Bürgerversammlung macht, mit Argument und gegen Argument und politischen Positionen, sondern über Erfahrung, über Erlebnis, über Alltagsrelevanz. Erzähl mir doch mal die Geschichte, wie die drei alten Frauen da saßen und so, das fand ich total schön. Ja, wir haben angefangen, in diesem Prozess haben wir damit angefangen, dass wir drei Frauen ausgewählt haben, alte Frauen, also Großmütter aus diesen Familien. Was waren das denn für Familien? Ja, das waren keine Roma und Sinti, das waren Familien, die in Trier in einem sozialen Stadtteil wohnten und teilweise in dritter Generation Sozialhilfeempfänger waren, die meisten Schrott-Sammler. Schrott-Sammler? Schrott-Sammler, die wirklich mit so einem Truck durch die Gegend fahren und vom Straßenrand Schrott aufsammeln und dann das sozusagen als Altmetall verkaufen, weiterverkaufen. Und da waren viele Analphabeten tatsächlich. Und die haben seit mehreren Generationen dort auch gewohnt, in diesem Quartier. Das war eine alte runtergekommene Kaserne. Und da haben wir uns genau die Frage gestellt, wie kriegen wir den Ort spürbar, wie kriegen wir den Ort fühlbar, sichtbar und wie kriegen wir auch die ganzen Geschichten und Alltagserfahrungen der Menschen in diesen Prozess rein. Und da war eine ganz einfache Methode, dass wir am Anfang die ältesten Damen aus diesem Quartier vorne auf die Bühne gesetzt haben und ihre Geschichte, ihre Lebensgeschichte auf diesem Gelände, an diesem Ort haben erzählen lassen und damit eben auch drei Perspektiven auf den Ort, die Geschichte des Ortes haben erzählen lassen. Und für die war das auch eine große Ehre und Freude. Die haben sich sehr gewertgeschätzt gefühlt. Die haben wahrscheinlich noch nie vor einem so großen Publikum, so richtig mit Schulreihen vor ihnen, die ihre Lebensgeschichte erzählen können. Und das war ein unglaublich intensiver, wichtiger Beitrag, ohne den die Ergebnisse am Ende sicherlich nicht so gewesen wären, wie sie dann geworden sind. Und sie waren sofort Teil des Prozesses. Sie waren sofort Teil des Prozesses. Sie sind dann auch die ganzen Rest der Zeit geblieben und haben teilgenommen, auch in Phasen, wo dann tatsächlich jemand vom Stadtplanungsamt dann in Fachbürokratensprache den Stadtteilplan erklärt hat und so. Ich weiß nicht, wie viel sie davon dann tatsächlich irgendwie zuordnen konnten, aber sie waren dabei. Und sie haben sozusagen das mitgenommen. Und hätte ich gesagt, hätte ich die einfach eingeladen zu einer Präsentation des Stadtplanungsamtes, dann wäre natürlich keiner gekommen und hätte sich beteiligt. Ja, Schatz, lass uns einfach mal richtig groß rausgehen und nehmen wir mal das schwierigste Problem, das es gibt auf der Welt. Oder eins der schwierigsten. Ja, wir fangen einfach mal, wir fangen jetzt direkt mal von oben. Lass uns mal anfangen mit Klima oder mit Krieg im Nahen Osten, vielleicht noch härter. Also wie würde so ein Prozess denn ausschauen? Ich meine, das ist doch irgendwo auch absurd zu meinen, wir gehen jetzt hier mit einem kreativen Prozess und lösen was, wo Millionen von Menschen sich beschäftigen mit und nie einen Ansatzpunkt, irgendwie einen archimedischen Punkt gefunden haben, wo irgendwas passiert. Wie kann, wo ist jetzt hier das Neue da dran an dem Ganzen? Also der schwierigste Prozess ist bestimmt Krieg im Nahen Osten. Aber es ist kein Glob... Doch. Das ist nicht ein Glob... Er hat globale Auswirkungen. Er hat globale Auswirkungen, aber er ist natürlich sehr auf lokal fokussiert. Mit Akteuren über die ganze Welt. Über die ganze Welt, da hast du vollkommen recht. Anders als Klima. Wo natürlich spannend ist an dem Thema, dass die Erde und das natürliche Ökosystem der Erde als Ganzes auch Teil dieses Prozesses ist. Ja, dann in dem Klima. Also es ist beides super spannend. Also das Erste, was ich einfach auch als die einzige professionelle Haltung finde, ist erstmal zu sagen, ich weiß es jetzt nicht und ich kann es nicht in einem Gespräch von einer halben Stunde einen glaubwürdigen Prozess entwickeln, wie man arbeiten sollte. Ja. Oder wie das Verfahren aussieht. Ich kann aber Kriterien festlegen, sozusagen wie man an dieses Thema herangehen würde. Und auch hier gilt erstmal, reale Erfahrung, reale Projekte haben wir bisher nur aus kommunaler, regionaler, vielleicht nationaler Arbeit. Das heißt, alles was wir tun können, ist Hypothesen aufstellen, dass bestimmte Arbeitsweisen, die auf diesen Ebenen funktionieren, höchstwahrscheinlich mit Abwandlung auch auf globalen Ebenen funktionieren könnten. Das ist erstmal nichts als eine Hypothese, weil es niemand gemacht hat bisher. So, das Erste, was getan werden muss, ist natürlich, dass es einen starken Impuls gibt, dazu das zu tun. Also, wir würden jetzt hier nicht von einem Küchentisch aus so einen Prozess alleine lostreten können, sondern er muss gerade eine aktuelle Relevanz haben, es muss starke Gruppierungen, Institutionen, global agierende Organisationen geben oder sowas wie die UN oder irgendjemand, der das auf dem Schirm hat und sagt, jetzt muss das geregelt werden. Das kann auch ein... Ist ja bei Klima so. Genau, das ist bei Klima. Und ich würde jetzt tatsächlich sagen, dass der Klimaprozess, wie er bisher läuft, von allen Problemen, die wir weltweit haben, schon am nächsten an das rankommt, was wir wollen, aber noch lange nicht da ist, weil es gibt das IPCC, also das ist ja schon eine globale Kooperation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die aber natürlich ganz in ihrem wissenschaftlichen Modus agieren und handeln, die den Bericht rausgeben. Es gibt die Klimakonferenzen, die natürlich vor- und nachbereitet werden, die ihr eigenes Prozedere haben. Aber es ist eine Konferenz, zu der alle kommen, wo mehr oder weniger über einen Text abgestimmt werden, das sind alte Modi des Handelns. Und dann rausgehen und jeder zieht seine eigenen Schlüsse, wie er jetzt mehr oder weniger damit umgehen will. Was wir eigentlich brauchen, ist eine Art synchronisierten Prozess, wo alle sich auf ähnliche Intentionen und Ziele ausrichten. Das kann so ein Klimaziel sein, minus zwei Grad zum Beispiel in einem bestimmten Zeitraum oder nicht mehr Steigerung als zwei Grad in einem bestimmten Zeitraum. Dann glaube ich, ist es aber wichtig, dass in regionalen Netzwerken und auch auf lokaler Ebene Initiativen entstehen können, die sich daran orientieren, die ihre eigenen Agenten und Handlungsprogramme entwickeln und das aber jetzt nicht alleine machen und vier Jahre warten bis zur nächsten oder zwei bis zur nächsten Klimakonferenz, sondern weiterhin in einem Austausch, in einem kreativen Austausch von wo sind die besten Projekte, was klappt, was funktioniert, wo sind Informationen, wie kann man voneinander lernen, miteinander stehen. So und jetzt wäre der erste Schritt, wenn man das sagt, wenn das sozusagen die Zielvorstellung ist. Wir wollen eigentlich einen kontinuierlichen Prozess aller Akteure, die jetzt eh auch schon daran arbeiten und gut daran arbeiten und wir wollen den aber stärker synchronisieren, stärker miteinander vernetzen, gleichzeitig Vielfalt in den Lösungen zulassen. Wenn das sozusagen mal so ein Bild erstmal ist, also diese Vielfalt von Lösungen, lokalen Lösungen, die sich global vernetzt, dann ist die erste Aufgabe, dieses Verfahren zu gestalten. Das muss die erste Aufgabe sein, sich zu fragen, wer kann daran arbeiten, wann kann daran gearbeitet werden, in welchen Formaten wollen wir daran arbeiten, wie müssen wir uns Informationen global zuspielen während dieser Zeit, damit wir immer einen Tick weiterkommen, der Lösung immer einen Schritt oder den Lösungen immer einen Schritt weiter kommen. Welche Akteure sind das, welche Akteure fehlen bisher in diesem Prozess und müssen irgendwie motiviert, eingebunden, angesprochen werden, dass die ihre Potenziale auch mit einbringen. Das sind alles ganz viele, das sind dann technische Fragen letztendlich, die gelöst werden müssen und am Ende steht bei sowas großem wie dem Klimawandel sicherlich eine erste Version, die sich über die Jahre lernend verändern wird, zu sagen, so, für die nächsten vier Jahre sieht der Prozess so aus, dass wir diese und jene Elemente haben, diese und jene Verfahren, diese und jene Veranstaltungen benutzen, mit diesen Methoden arbeiten, eine Kommunikationsplattform haben, über die es einen Austausch gibt und vor allem immer wieder zwei Dinge, die wir auch noch tiefer vielleicht ergründen sollten. Dieses eine, zurückblicken auf, was verursacht der Klimawandel, was macht der in einzelnen Regionen, welche Probleme entstehen durch den Klimawandel und auf der anderen Seite Lösungen für die Zukunft. Ich komme jetzt eher so aus dieser Strukturebene, wie müssten Parlamente zum Beispiel sich neu organisieren, was ist mit der Europäischen Union eigentlich los, dass ein Brexit möglich ist oder auch stattfinden kann, mehr so auf dieser strukturellen Ebene. Im Grunde, jedes Thema, wo du heute, wenn du die Nachrichten einschaltest, denkst, das muss doch auch anders gehen. Das kann man doch so weit nicht mehr machen. Das geht doch gar nicht. Ja, das geht doch gar nicht. Kannst du so arbeiten. Brexit, Reform der EU, Klimawandel, Konflikte, Ungleichheit. Wie sprecht ihr das an? Also, weißt du, die Frage wird ja sein, wenn wir sowas machen. Wir wollen ja jetzt nicht Reform der EU zum Beispiel irgendein Paper produzieren, das wir dann irgendeinem Hinterbänkler im EU-Parlament überreichen, der sagt ja vielen Dank, das hat sich ja wirklich toll gemacht, der macht dann vielleicht sogar noch einen kleinen Bericht oder versucht es auch tatsächlich, ich meine es ernsthaft, will es auch wirklich einbringen und das verschwindet dann halt. Es ist ja nicht, das gibt es ja schon vieles und damit definieren sich auch die Projekte. Nämlich, ich glaube, das wird so sein, dass wir starten und dann kommen Projekte auf uns zu. Und wir werden auch keine Projekte am Anfang haben, die größer sind oder so viel größer sind, als wir es überhaupt bewältigen können. Also das wird auch so ein iterativer, immer so ein Prozess sein, dass du da reinkommst. Immer auch mit der Zielsetzung, es soll eben nicht nur am Ende eine Lösung rauskommen, sondern die Lösung soll so erarbeitet sein und so konsistent sein und so kraftvoll im Feld auch verankert sein und von all den Akteuren, die damit beschäftigt sind, dass die Umsetzung auch gelingt. Es geht immer auch um die Umsetzung. Das heißt, immer von der veränderten Wirklichkeit her zurückdenken und sagen, wenn ich einen veränderten CO2-Ausstoß habe, dann haben wir einen bestimmten Bereich. Von da weg gedacht, wie muss ich den Prozess aufsetzen, damit das am Ende rauskommt. Wenn wir uns das mal als Evolution des Bewusstseins anschauen, dann haben wir heute, sagen wir mal in der westlichen Welt, ein eher materialistisches, wissenschaftsgläubiges, auf Marktwirtschaft, also Konkurrenz basierendes Denken. Eine Ebene weiter wäre eins, das auf Verbundenheit setzt, das auf Gleichberechtigung, auf auch Gleichheit als Wert, mit einer Herzensqualität, mit Empfindung, mit Fühlen und so weiter kommt. Und auf der Ebene kommen dann sozusagen Fähigkeiten hinzu, wie einmal kannst du hier alles, was hier ist, integrieren und du denkst prozesshaft und in Feldkategorien. Und du arbeitest, so wie ich dich verstehe, von dieser Ebene. Wie schaffst du das jetzt, einen Prozess in diesem Bewusstsein zu designen, der aber von Akteuren, die hier oder hier sind, umgesetzt wird? Ich würde mal sagen, die meisten Unternehmen sind irgendwo hier, bis hier, Staaten sind hier und auch NGOs sind auch hier. Die meisten NGOs sind nicht weiter. Wie geht das? Wie schaffst du so einen Mindshift, dass aus diesem Bewusstsein heraus ein Prozess gestaltet wird und gearbeitet wird? Wie geht das? Oder ist es gar nicht notwendig? Das ist, glaube ich, nicht notwendig, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass die nicht am Prozess arbeiten, sondern im Prozess. Und dieser Prozess muss ähnlich wie mit den drei älteren Damen in dem Beispiel so gestaltet sein, dass die andocken können. Also das heißt, du machst hier wissenschaftliche Communities, Papers, Analysen, Strategien, etc.? Also ganz klar, ein Prozess zum Klimawandel, das IPCC, ist einfach ein unglaublich starkes, in der Weltgeschichte einmaliges wissenschaftliches Panel. Natürlich macht das diese Arbeit weiter. Die Frage ist nur, wie binden wir das viel produktiver und innovationsorientierter ein, damit auch Nichtwissenschaftler an diesem Wissen teilhaben können und aus dem Wissen, aus den Informationen dieses Wissens heraus Lösungen entwickeln können, die vielleicht von den Wissenschaftlern selber, weil es ist nicht ihr Job, Lösungen zu entwickeln und innovativ zu sein, zumindest nicht in dieser Art innovativ zu sein, damit arbeiten können, was in diesen fetten Berichten steht. Damit kann ja kein Mensch arbeiten. Also die Wissenschaftler, die kapieren das und dann gibt es ein paar Leute, Berater, die das übersetzen für die Politiker in einfache Sprache, aber für die, die dann tatsächlich Lösungen entwickeln, muss es übersetzt werden. Das heißt, für mich als Verfahrensgestalter wäre eine Aufgabe, wie kann ich gewährleisten, dass dieses unglaubliche Wissen, was dort zusammengetragen wird, dem gesamten Prozess in einer einfachen Form zugänglich wird, damit die Leute lokal und die Leute, die Entscheidungen machen in der Politik und so weiter, nicht nur wissen, das ist gut, das ist schlecht, sondern auch eine Idee kriegen, was wäre zu tun, um es besser zu machen. Und wie kriegst du jetzt so Killerfrage, China, wie kriegst du Putin, wie kriegst du Trump ins Boot? Weil ohne die läuft in dem Bereich erstmal gar nichts. Also erstmal, erstens stimmt das, die These, dass man die im Boot braucht und dann, wenn ja, wie kann das gehen? Das, glaube ich, geht tatsächlich nur über Zeit und über kulturelle Veränderungen. Okay, gut. Also da kann ich auch ein kleines Beispiel nehmen, wieder aus einem kleinen Projekt, weil das ist sozusagen ja meine Erfahrungsbasis, aus der ich extrapoliere und das weiterzeichne auf einer globalen Ebene. Wir haben mehrere Jahre mit einer Stiftung und einer Art Behörde gearbeitet, die Behindertenwohnheime aufbaut. Und da haben wir jedes Jahr wiederkehrend einen größeren Prozess gehabt und es war so, dass beim ersten Mal kein Offizieller auftauchte während dieses Workshops, der da stattfindet. Beim zweiten Mal tauchte ein Offizieller auf, um am Anfang Grußworte zu machen und am Ende die Ergebnisse sich anzuhören. Beim dritten Mal dachte er, das ist aber interessant, ich setze mich mal einen halben Tag dazu, kam und blieb den Rest des Workshops. Dahinter sagte er, wissen Sie was, es wäre toll, wenn wir in Zukunft alles, was wir machen, so machen können. Das hat vier Jahre gedauert. In einem kleinen Organismus. Naja gut, aber wenn du... Das kann 30, 40 Jahre dauern. Vielleicht dauert es gar nicht so lange. Wenn du nach Irland schaust, da war es ja auch nicht so, dass sich das Parlament ausgedacht hat, wir machen jetzt eine Citizens Assembly, sondern es war im Vorfeld, wir waren das eine NGO, die hieß We the Citizens oder sowas, unterstützt von jemandem, der den ganzen Prozess finanziert hat, der die zwei, drei Jahre zuvor diesen Prozess gemacht hat, haben, bevor das Parlament übernommen hat. Bevor und so weiter. Genau, und da kann als Initiator und auch als Transformationsriemen, im wahrsten Worte, könnte ich mir zum Beispiel so eine, haben wir auch gemeinsam darüber gesprochen, ein Bürgerforum. Ein Global Forum. Ein Global Forum, wo Themen auf den Tisch kommen, gemeinsam angeguckt werden und aus dem heraus es Initiativen gibt, zu einem bestimmten Thema zu arbeiten. Ja, dass du einfach diese Abhängigkeit, die ja da schon potenziell riesig ist von politischen Strukturen, von Finanzstrukturen, von Wirtschaftsstrukturen, dass du das rückbindest direkt an die Menschen ohne Zwischenstationen, noch nicht mal unbedingt nur ein NGO-Panel, sondern dass du, klar ein bisschen, die können ja alle mit ins Boot, aber dass du direkt dahin gehst. Und das wäre keine neue UN, das wäre auch keine Weltregierung, das wäre ein informelles, globales Forum, aus dem heraus Bürgerinitiative entstehen, sich konkretisieren, sich kristallisieren kann und dann in solche Prozesse übergehen kann. Und im besten Fall lassen sich dann die Trumps und Putins und so weiter sehen, es macht Sinn für mich, es ist in meinem Interesse, mit denen zu kooperieren. Im schlimmsten Fall werden sie das mit allen Mitteln zu verhindern suchen. Das wird man sehen müssen. Aber auch hier wieder im Kleinen, es gibt ja auch extreme Machtkämpfe, auch auf kleinen Ebenen, in kleinen Institutionen, Organisationen, Kommunen. Und auch da gibt es diese Tendenzen, wo Politiker zum Beispiel oder Behörden oder auch tatsächlich NGOs versuchen, solche Prozesse zu kapern, sie zu verhindern, sie zu boykottieren, sie tatsächlich zu manipulieren oder so, oder gar zu Fall zu bringen. Auch das gibt es. Also auch damit hat man auf jeder Ebene zu tun. Damit hast du zu tun, wobei du natürlich auf lokaler Ebene eine ganz andere Ausgangssituation insofern hast, dass die Menschen, um die es geht, also die Bürger, sich viel leichter synchronisieren lassen, viel klarer und schneller zusammenkommen. Alle ins Rathaus. Alle ins Rathaus und dann, wenn die einmal zucken, dann sagt er, weiß der Bürgermeister Bescheid. Und auf diesen Ebenen ist ja die Schwierigkeit, dass es potenziell Milliarden Menschen gibt, die diesen Prozess gut finden, wenn man die Möglichkeit hätte, ihnen zu erklären. Kommen ja auch nochmal Medien rein, kommen auch nochmal andere Faktoren rein. Aber wie kriegst du das hin, dass es ein gemeinsames Bewusstsein gibt? Ich weiß nicht, wie viele Leute sind Mitglied bei Umweltschutzorganisationen. Allein in Indien gibt es, glaube ich, 100.000 NGOs. Wie kommen wir jetzt dahin, dass wir in eine globale Verbundenheit kommen? Ich weiß gar nicht, ob das notwendig ist, ganz ehrlich. Also es wäre schön, wenn wir einen Prozess machen, im Globalen, dann brauchen wir eine Verbundenheit. Also wenn wir sozusagen die, die am Prozess teilnehmen, du kannst ja nicht nur jetzt so einen Umweltprozess machen, der jetzt in Westeuropa oder in irgendwelchen Großstädten Ja, weiß ich nicht. Also weil ich erlebe das in kleineren Prozessen tatsächlich so, dass häufig der Anlass, warum Menschen dahin kommen, erstmal ein kompletter Eigennutz ist, ein Eigeninteresse. Ich gehe dahin, um meine Interessen durchzuspielen. Und dann landen sie in diesem Prozess und merken, oh, was passiert hier denn? Ja, ich treffe auf Leute, deren Perspektive habe ich noch nie gehört. Das ist interessant. Vielleicht lässt sich da was Neues entwickeln. Wenn es ein guter Prozess ist, gibt es natürlich auch schlechte. Ich rede jetzt vom Idealtypischen. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass auch bei globalen Prozessen erstmal Staaten, Organisationen etc. erstmal mitmachen, weil sie denken, ups, da passiert was. Wenn wir nicht dabei sind, dann verlieren wir vielleicht auch einen Hebel, den wir haben. Also gehen wir da mal rein und versuchen unsere Lobbyarbeit aus diesem Prozess heraus zu machen. Und erst der Prozess führt zu einem Wandel der Haltung. Ich glaube auch, ja. Verbundenheit, die aber auch, und das ist, glaube ich, im globalen Level unabdingbar, einen hohen Respekt und auch ein Stehenlassen von Diversität erlauben muss. Von Individualität, Diversität, auch von Identität. Und trotzdem sagt, diese Diversität, da gibt es einen gemeinsamen Rahmen, einen gemeinsamen Modus operandi, auf dem wir hier unsere Probleme lösen. Jedes Problem braucht die richtige Zusammensetzung der relevanten Akteure. Und das ist definiert durch das Thema und die Aufgabe. Jedes neue Aufgabe benötigt einen anderen Prozess, andere Entscheidungs- und Gestaltungsstrukturen. Also es geht immer darum, aus der Aufgabe und dem Kontext, in dem diese Aufgabe sich stellt, zu entwickeln, wie müssen wir arbeiten, ko-kreativ, mit allen, die es betrifft, die etwas freizutragen haben. Boah. Was? Ich habe nur Wein, kein Essig. Achso. Nee, der Essig ist hier. Wie müssen wir das machen? Und das ist immer der erste Schritt bei solchen partizipativen Prozessen, das Prozessdesign selber, oder wie nennt es Verfahrensdesign, zu entwickeln. Und da kann es mal einen Auftraggeber geben, das kann mal eine Institution sein, das kann mal eine Bürgerinitiative sein, das kann mal eine NGO sein. Es kann aber auch sein, dass die Co-Creation Foundation selber eine Notwendigkeit sieht, an einem Thema zu arbeiten, sowas entwickelt und dann auf Spender und Fördergeber zugeht und sagt, das wollen wir machen, wer ermöglicht uns, das zu machen. Also auch da gibt es ganz viele Einstiege. Und das ist gerade die Stärkung der Reis. Also sich da nicht festzulegen und sagen, wir haben jetzt wieder die eine Möglichkeit, mit der wir irgendwie jetzt alle wichtigen Themen der Welt bearbeiten, sondern genau diese Offenheit und Flexibilität zu haben und zu gucken, was braucht es wirklich. Wie müssen wir zusammenarbeiten, damit eine wirklich co-kreative Lösung entsteht? Wie komme ich rein in diese Gesellschaft? Wie bitte? Wie komme ich rein in die Co-Creation Foundation? Gute Frage, gute Frage. Ja, wir müssen sie erst mal gründen und dann kriegst du eine Einladung. Wie finden alle anderen eine Einladung? Flexibilität. Also erstmal, am Anfang wird es wahrscheinlich so sein, dass es Menschen gibt, die wir gezielt einladen, sozusagen korrigiert einladen, mit uns diese Stiftung zu gestalten. Dann wird es einzelne Projekte geben. Und für die Projekte werden wir Menschen einladen, gezielt mit der Stiftung an diesen Projekten zu arbeiten. Das können auch Bürger sein. Wir haben allerdings auch schon was angedacht, was wir jetzt erstmal den Arbeitstitel Global Forum haben, wo es sozusagen einen Ort gibt, einen Diskurs- und Ideenraum gibt, einen großen öffentlichen, globalen, wo Menschen selber sozusagen herausfinden können, woran müssten wir eigentlich gemeinsam arbeiten? Was sind die Probleme, die jetzt wirklich drängen und sozusagen aus sich selbst heraus Projekte initiieren können? Und dafür soll sozusagen die Co-Creation Foundation die Infrastruktur und Kommunikationsstruktur stehen. Sozusagen auch als Ermächtigung für Akteure, die jetzt sagen, Foundation schön und gut, aber was soll ich mit der Foundation? Ich will eigentlich ein Problem lösen, nämlich irgendwie die Zertifikation in Afrika. So, und was können wir da machen? Und wie kann mir die Co-Creation Foundation helfen, so einen, sag ich mal jetzt, afrikanischen und mit allen sozusagen damit zusammenhängenden Ländern, für die dieses Thema wichtig ist, einen Prozess aufzusetzen, in dem ich das erarbeiten kann und solche Lösungen enthalten kann? Ja, wir müssen uns immer ein bisschen auf die Spitze zu treiben, wenn es um das Thema Verbot von Waffenexporten geht, also zum Beispiel ein Thema, das ich super gerne bearbeiten würde, speziell in Deutschland und auch Europa, zum Thema Fluchtursachen, ja, was bewähren wird, was beschweren wir uns über Flüchtlingsströme, wenn wir Zickländer auf der ganzen Welt eben bombardieren, dann müsste ja auch Heckler und Koch mit am Tisch sitzen. Ja, also dann müsste ja auch die Waffenindustrie da sitzen, politische Akteure, Zivilgesellschaft, Menschen, es müssten Menschen da sitzen, in Ländern, in denen Krieg geführt wird. Und stelle ich mir vor, allein so etwas zusammenzubringen, wäre ja schon Wahnsinn, ja, dann nimmst du... Und die müssen eben nicht nur über technische Möglichkeiten oder Handelsbegrenzungen und Bruttosozialprodukte etc. reden, die müssen auch darüber reden, dass da Menschen sterben und damit konfrontiert werden. Ja, also das heißt, so eine, diese ganze Herzebene, diese Behördungsebene, die ja komplett, ganz genau, ganz genau, die ja komplett wegfällt, also diese ganze Innenraumebene, was passiert denn, was mache ich denn jetzt hier, was für ein Leid erzeuge ich irgendwo anders auf der Welt, was... Dieses total Disassoziierte, damit kann sich ja jemand, der in der Waffenfabrik arbeitet, nie dauernd konfrontieren, weil der stirbt ja, ja, das kann ja niemand aushalten. Aber sowas wieder zusammenzubringen und dann eine Lösung zu erarbeiten, wäre natürlich ein superschöner Prozess. Das ist jetzt eine idealtypische Vision eines möglichen Prozesses. In der Realität wird so ausgehen, sehen, dass ja irgendjemand so einen Prozess initiieren muss. Das sind nicht unbedingt, das ist nicht unbedingt die Co-Creation Foundation selbst, sondern vielleicht eine international tätige Organisation, die zu diesem Thema arbeitet und sagt, wir kommen nicht weiter, rein über Lobbyismus, rein über Kampagnenarbeit, kommen wir an diesem Thema nicht weiter. Wir brauchen mal so einen co-kreativen Prozess, wo wir mal wirklich mit allen Akteuren gemeinsam ausloten, was für Zukunftsperspektiven gibt es denn in diesem Feld überhaupt und gibt es da überhaupt welche? Und wenn ja, wie könnten die aussehen? Ja, wir öffnen uns mal für kreative Lösungen, die dieses Thema bearbeiten und die würden dann auf so die Foundation zukommen, außer es gibt aus der Foundation selber jemand, der mit diesem Thema ganz stark beschäftigt ist und sagen, Leute, ihr seid doch die richtigen Partner. Lasst uns doch mal gemeinsam entwickeln, wie dieses Verfahren aussehen muss, wie so etwas aussehen könnte. Dauert das ein Jahr, dauert das drei Jahre? Machen wir das nur mit NGOs oder laden wir die Waffenbesitzer auch mit ein? Sind das zweitägige Konferenzen oder sind das zweimöchige Intensivworkshops? Arbeiten wir an einem Ort oder zweijährige arbeiten wir an einem Ort oder arbeiten wir an allen Hauptstädten des Globus? Und das sind all diese Fragen, die im Vorfeld geklärt werden müssen mit jemandem oder mehreren, die sowas in die Ziele haben. So und dann steht irgendwann ein Design da und da muss man ja, also für dieses Verfahren, und da muss man überhaupt gucken, kann man das finanzieren? Kann die NGO das finanzieren? Müssen wir spenden? So, das ist der gleiche Prozess genau wieder auch wie auf kommunalen Level bei Beteiligungsprozessen. Findet man einen Auftraggeber, der vielleicht noch höher steht, sagt vielleicht die UN, Mensch, das ist super, eigentlich wollen wir uns dem Thema auch annehmen, es gibt da auch einzelne Gruppen in der UN, die sich mit dem Thema beschäftigen, wir geben dann Teil unseres Budgets mit rein. So, und irgendwann wird da ein Paket raus und so eine konkrete Vorstellung, wie so ein Verfahren aussehen muss. Und dann kann man damit beginnen. Und dann lädt man die Leute ein und dann guckt mal, funktioniert das, was wir uns ausgedacht haben. Und dabei wird man viel, viel lernen und auch viele Fehler machen. Das ist Teil dieses Prozesses, aber man muss es mal anfangen. Weil sonst ist es so, die NGOs machen ihre Lobby- und Kampagnenarbeit, die UN macht ihre Konferenzen und diskutiert irgendwie auf High-Level irgendwie um das Thema herum, ohne über das konkret, was dabei rauskommt. Und so macht jeder irgendwie sein Süppchen, aber global löst sich das Problem nicht. Und am Ende steht halt dann von so einem Prozess, ich bin jetzt mal, in 20 Ländern Gesetzentwürfe, die im Parlament verabschiedet werden für den Thema. In zwei, drei Ländern Volksabstimmungen, wo du sie initiieren kannst, wo Menschen darüber abstimmen, sind wir für Waffenexport oder nicht, eine UN-Resolution. Und im Europaparlament wird das Thema nochmal behandelt. Und als Spin-Off entstehen vielleicht noch ein paar Netzwerke und ein paar ganz konkrete Projekte, die die NGOs so machen können, ohne dass es ein Parlament braucht, um darüber abzustimmen. Und ein paar Millionen Menschen beschäftigen sich intensiv mit der Frage. Und das erzeugt ein Shift. 100%. Ja, und damit solche Prozesse entstehen können, braucht es irgendwie eine Art von Gefäß, in dem geforscht wird, wie solche Prozesse laufen können, wo auch publiziert wird und sich ausgetauscht wird, wo all die Menschen, die praktische Erfahrungen haben, wie du jetzt in der Gemeinde, in der Großstadt, auf Landesebene, also Akteure, Prozessgestalter zusammenkommen, weil die sind in der Lage, solche Prozesse zu entwickeln. Und wo du auch wahrscheinlich so etwas wie eine Plattform brauchst, damit eine Zusammenarbeit möglich ist. So etwas wäre eigentlich cool. Ja. 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 Okay.